Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi und heute habe ich für euch das Starterpack der Tops Magitex Bundesliga Trading Card Serie. Ja, leider bin ich etwas zu spät mit dem Starterpack, aber egal. Ich habe es mir noch aufgehoben für euch, sonst hätte ich es schon längst auspacken und gut ist. Aber, ja, besser spät als nie. So, darin enthalten haben wir hier die Limi von Marco Reus. Dann wird hier noch Werbung gemacht für die App. So, Inhalt steht hier unten. Da haben wir Premium Spielfeld, XL Poster mit Bundesligaspielplan. 20 Karten plus eine limitierte Karte garantiert. Sammelmappe und Checkliste. Ja, dann drehen wir mal rum. Ja, hier sieht man mal wieder alles. Alles für den Start. Die Sammelmappe, inklusive Checkliste für deine Magitex Karten. Dann die Bundesliga Stars. Dann hier das Spielbrett. Und dann Bundesliga Spielplan. Und hier unten steht natürlich der Preis, UVP, 8,99. Eigentlich ganz normal für Tops, 8,99. Ja, da würde ich mal sagen, kommt jetzt erstmal das Intro und dann starten wir mit dem Starterpack. Und bis gleich. So, dann sag ich mal, wir öffnen mal das Starterpack. Kann man hier unten, glaube ich, sehr schön öffnen. Ja, sehr schön. Oder geht auch mal ein bisschen böse. Aber es funktioniert. So, alles rausnehmen. Dürfte eigentlich nichts mehr drin sein. Nein. Ab in den Papierkorb. Zack. So, dann drehen wir die Sache mal um. So. Oh, was ist da passiert? Was ist hier passiert? Naja. Nicht schlimm, das kommt nachher in die Mappe und dann tut sich das wieder. Und zwar haben wir das hintere Cover. Und zwar die Checkliste hier. Hier kann man dann abhaken, was man schon hat. Und hier unten sieht man die limitierten Karten. Natürlich wieder muss man dafür viel kaufen, glaube ich. Starterpack, Multipack, Blister, Mini-Sammeldos, Adventskalender, Päckchen, Bravo Sport. 2.10. Ja, die habe ich ja. Tops kommen. Ja, da muss man wieder, glaube ich, kaufen. Ja. So, hier haben wir die Rückseite. Deutsche Magitex Meisterschaft. Am 16. November. Oh, das ist ja nicht mehr so lange. Mein Geburtstag ist ja auch noch diesen Monat. Am 23.11. Das ist ein Samstag. Leider kann ich da nichts machen. Also nicht streamen und gar nichts. Weil ich da leider nicht zu Hause bin. Ich könnte höchstens von Freitag auf Samstag streamen. Und das auch nicht so lange. Mal schauen. Und ja, da haben wir das Frontcover. Hier sieht man das wie auf dem Starterpack, auf der Tüte da. Genau die gleichen Spieler. Da steht hier Tops, Magitex, Dreading Cards, Game, Bundesliga, Saison 19, 20, Sammelmappe. Dann haben wir hier natürlich wieder die restlichen, äh, zum Abhaken, die Checkliste. Dann haben wir natürlich hier die Mappe. Dann könnten wir eigentlich gleich mal, ähm, was reinmachen. Dann, so, Frontcover. So, geh schön rein rum. Gut, gut, gut. So, wunderbar. Dann noch das andere hier. Zack. Kommt dann hier hinten rein. Und. Zack. Na, drum schon. Ja, so, hätten wir das. Dann haben wir hier natürlich noch das Spielbrett. Oh, das ist diesmal schöne dicke Pappe. Ja. Also, viel lassen sich hier nicht mehr einfallen. So, hier kann man, glaub ich, die Karten so reinstecken. So viel wie ich weiß. Also, ich hab das noch nie gebraucht hier. Ist aber halt in jedem Starterpack dabei. Ja. So, was haben wir hier noch? Ah, das ist das Poster mit der Vorrunde, wo man die Ergebnisse rein eintragen kann. Hier, pfff, mach ich auch nicht ganz auf. Dann wird hier noch vorgestellt, was es alles gibt. Die Mini-Sammeldose, die habe ich leider noch nicht. Ich hab noch keine Blister. Ich hab noch keine Multipacks. Äh, Match-Attacks-Action steht hier drauf, ab wann es die gibt. Freu dich auf Match-Attacks-Action und Match-Attacks-Axtra. Ah, die wird es dann dieses Jahr auch wieder geben. Also, da will Tops wieder schön Geld verdienen. Ja. Und was haben wir hier dann noch? Ach, diese dummen Nummern. Also, die Nummern, die können sie sich eigentlich sparen in diesen, äh, Start-Up-Packs. Die macht sich doch, glaub ich, gar keiner rein. Wer macht sich die rein? Schreib's doch mal in die Kommentare. Benutzt du diese Nummern hier? Ja, oder, also ich mag sie nicht. So, dann wird hier nochmal Werbung gemacht für die App. Jo, also ich mache bis jetzt noch nichts mit der App. Ich glaub, ich mache auch gar nichts damit. So, da haben wir hier noch das Päckchen. Mit der Limi und mit den Karten. Ich glaub 20 waren's. Dann öffnen wir diesmal. Und ich seh schon einen Bayern-Spieler hier hinten. Abwehr. Könnte Süle sein. Könnte auch Boateng sein. So, dann schauen wir mal. Ich bin da so eine Free-Scheiße hier. So. Also, wir wissen ja schon, was die Limi ist. Und zwar hier Marco Reus. Sehr schön gestaltet, finde ich, dieses Jahr. Dann haben wir hier, äh, wie heißt der, äh, Chiaree oder Chiaree von Wien-Wiesbaden. Dann haben wir hier Timos Horan von Köln. Dann haben wir hier Atik von Dynamo Dresden. Da haben wir Kalou von Berlin. Dann haben wir hier Martin von Mainz. Dann haben wir Mike Franz von Freiburg. Dann haben wir hier Serdar von Schalke 04. Dann haben wir Lars Bender von Leverkusen. Klostermann von Leipzig. Delaney von Dortmund. Dann haben wir hier eine Taktikkade. Ah, ich glaube, da muss ich mal so drehen. So, eine Taktikkade, äh, Topform. Dann haben wir hier Plädel von Fortuna Düsseldorf. Dann haben wir Niklas Stark von Berlin. Ups. Schon wieder drehen. Dann haben wir hier West, ne was, Verstrate. Keine Ahnung. So, der Julian, der weiß, wie wir ausgesprochen wird. Von Köln hier. Dann haben wir hier Ye-Yong von Freiburg. Schon wieder drehen. Ach, das ist so. Schlager von Wolfsburg. Oh, hier David Alaba von Bayern. Dann haben wir hier Starspieler. Rus, äh, Rosi, Lohn, oder, keine Ahnung. Ja, dann haben wir hier Union Berlin Club Karte. Und hier haben wir, uh, Kimmich, Club 100. Sehr schön. Oh, sehr schön gemacht. Finde ich gut. Joshua Kimmich. Jo. Also, das war das Startup Pack. Ich war ein bisschen spät damit, aber Hauptsache, ich hab's gebracht, oder was mein ihr? Ja. Also, morgen wird's ein Mail Day geben. Und zwar hab ich zwei Pakete zugeschickt bekommen. Von Kartensammler. Ja. Da wird's, äh, ein gutes Video kommen. Also, er hat mir einiges zugeschickt. Ja. Dann würde ich mal sagen, ich hoffe, ihr gebt mir einen schönen Däumchen nach oben für dieses Video. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Stream, Video oder sonstiges. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und ciao. Auf Wiedersehen und ciao. Auf Wiedersehen und ciao.